Und weiter geht's mit Amazing Battle Creatures, wir klicken erstmal hier unser Ei an und sagen jetzt schlüpfen, jetzt haben wir eine neue Kreatur, cool den Sapler haben wir am Start jetzt, sehr schön, sehr schön, jetzt können wir hier auf Team gehen, sagen einfach, äh, verkaufen. Was ist denn das für ein Scheiß, automatisch sortieren, jo, so ist perfekt, jetzt haben wir den nämlich hier drin, jetzt können wir ins Spiel gehen, jetzt sind wir hier im zweiten und können einfach mal abchecken, wo wir hingehen. Hier könnten wir jetzt kämpfen, machen wir einfach mal, los jetzt und als erstes klatschen wir den so weg, jetzt können wir, alter, was ist denn das für ein Move? Jo, der zieht auf jeden Fall gut ab und jetzt kriegt der das nochmal ab, ja, der legt noch, zack, und dann wartet, würde ich sagen, los, weiter geht's. Was macht der hier für eine Power, alter, plus, cool, cool, cool. Jo, dann hauen wir die hier in eine Flucht, ja, der kriegt einfach mal, alter, jo, das war perfekt gemacht, jetzt haben wir nämlich eh eine Kreatur schon entschärft. So, weiter geht's, jetzt sind wir im Endkampf, hier ist unser Endgegner. Jo, auf jeden Fall ziehen wir den Newtward ab, ha, der war nicht so bombastisch, aber ist scheißegal. Yeah, das haben wir gepackt, wir haben gewonnen, dann machen wir erstmal, okay, hier haben wir wieder ein bisschen was dazugekriegt, gehen auf, okay. Ah, jetzt kommt wieder ein bisschen Werbung, da sagen wir, no, danke, no, thank you. Gut, jetzt könnten wir eine neue Kreatur erschaffen, wenn wir wollen, können wir einfach mal ruf gehen, jetzt können wir DNAs auswählen. Jo, dann erschaffen wir den einfach mal, den hatten wir noch nicht, das dauert jetzt eine Weile, jetzt gehen wir hier auf schließen, gehen hier wieder auf Spiel. Können dann, könnten hier kämpfen, auf jeden Fall, wenn wir Bock haben, aber ich würde sagen, wir gehen hier ruf. Und sagen, okay, jetzt sind wir hier in so einer Arena und dann knallen wir die einfach mal in auf die Mütze und dann jetzt auch schon weiter hier. Gut, jetzt kriegt der erstmal ein bisschen was ab, würde ich sagen. Oha, jetzt wollen sie es wissen. Der kriegt da, den schicken wir auch da ruf. Yeah, der war auf jeden Fall richtig geil und der kriegt nochmal was ab. Dann haben wir den nämlich schon vernichtet und jetzt sieht es glaube ich ganz gut aus, jetzt können die uns nicht, oha, der ist betäubt. So was jedoch, das wusste ich ja nicht. Jo, das war ein kritischer Treffer, der war perfekt. Und jetzt kriegt er schon wieder schön was ab und dann haben wir das auch schon geschafft. Cool, gewonnen haben wir. Jetzt sammeln wir unser Zeug hier ein, gehen wieder auf Spiel und checken das nächste Map. Gehen wir hier ruf, gehen wir auf Kämpfen und dann sind wir hier in so einem Feuerlevel. Also optisch sieht es so echt geil aus, oder was sagt ihr? Also ich finde es grafisch echt cool. Unsere Monster finde ich, oha, unsere Kreaturen finde ich auch ganz geil. Wenn ihr mal guckt, das sind genau die gleichen Kreaturen, gegen die wir gerade kämpfen. Ich bin mal gespannt, welcher von uns stärker ist, also welche Kreaturen stärker sind. Yeah, den haben wir schon mal vernichtet. Sieht ja sehr schön aus bei uns. Jetzt kriegt der gleich einen ab, dann ist der auch weg vom Fenster. Und dann können wir ihm nochmal einen mitgeben. Ich kriege da den hier und dann wartet. Weiter geht's. Ja, jetzt würde ich sagen, hauen wir erstmal den inneren. Jetzt sind wir mit dem dran. Na, der hat ein bisschen mehr Power. Oha, der hält ein bisschen mehr aus, sagen wir es so. So, dann kriegt der gleich einen ab, dann ist der nämlich auch weg. Und jetzt klatschen wir mal den gleich um die Ecke. Zack. Los, jetzt sind wir im Endkampf. Oha, da sind schon ein paar Jüter bei, würde ich sagen. Kannst du nichts gegen sagen, die sind auf jeden Fall Jüter kräftig. Jetzt kriegen alle drei mal was ab. Jo, der war gut. Oha, 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 alter, die gehen ja nicht schon ab, die Kunden. Jetzt kriegt der hier in der Rennen. Wie der. Ah, der hätte ich den in der Mitte nehmen sollen, aber ist egal. Alter, was war denn das? Junge, Junge, Junge. Jetzt kommt der hier, der ist weg. Dann ist der, hoffe ich, auch gleich weg. Nee, der lebt immer noch. So ein Mist. Immer noch, alter. Ja, jetzt wird's kritisch. Der geht da rauf. Und der geht da rauf. Ja, den haben wir vernichtet. Jetzt können wir den auf jeden Fall in eine Flucht schlagen. Zack. Und dann wartet mit ihm. Okay, zack. Das Map haben wir auch geschafft. Jehn auf Okay. Neue Belohnung, nur für kurze Zeit. Das können wir uns ja mal ansehen. Cool, einzigartig. Das können wir kaufen. Also sind In-App-Käufe. Das können sie gleich mal knicken. Hier gibt's verschiedene Sachen. Hier können wir auch ein paar Kreaturen kaufen. Alter, der ist ja geil. Der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Oder Mavrik. Boost-Tips, Gratis-Münzen, empfohlen. Hier gibt's schon auf jeden Fall ein bisschen was. Aber das lassen wir erst mal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf unsere Sammlung. Jetzt können wir hier gucken, welche Kreaturen wir schon haben. Und wartet noch, für welche gibt's. Also ihr seht schon, hier gibt's wirklich sauviele. Das ist natürlich nur Feuer. Dann gibt's hier Wasser. Da haben wir nochmal genauso viel. Dann gibt's hier Pflanze. Stein, Blitz, Wind, Roboter, Drache und Leere. Also das gibt's echt sauviele hier. Finde ich cool. Gut, das schließen wir erst mal wieder. Dann gehen wir aufs Spiel. Jetzt könnten wir natürlich hier kämpfen. Würde ich auch bevorzugen. Da gehen wir gleich mal herauf. Sind wir wieder in so einer Arena. Und dann legen wir einfach mal los. Ah, das zieht nicht so doll ab. Jetzt würde ich sagen, kriegt der den hier ab. Junge, Junge, muss ich gern schon einstecken. Der kriegt jetzt den hier ab. Yeah, das war ein kritischer Treffer. Der war gut. Dann nehmen wir nochmal den hier in der Mitte. Ah, der hätte ich vielleicht ihn ausnehmen sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber ist egal. Ist scheiß drauf jetzt. Müssen wir mit Lehm. Die gehen immer schön auf ihn, Alter. Die sind ja nicht so blöd. Warum kommt der denn Glaviar zurück? Reicht das? Nee, das reicht immer noch nie, Alter. Ja, der war richtig stark. Alter, der Move. Jetzt kriegt nur noch der hier auf der Mütze. Und dann haben wir das auch geschafft, würde ich sagen. Yes, 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 yes. Oha, oha. Das wird eine knappe Kiste, glaube ich. Alter, das war ein richtig geiler Treffer. Geile Sache. Wir haben hier Won. Zack. Jetzt sammeln wir unsere Belohnung. Gleich wieder ein. coole Sache, auf alle Fälle. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall schön weit durchgezockt. Wir können jetzt hier in der Arena kämpfen. Das können wir einfach mal machen. So, dann gehen wir einfach mal los. Und fangen hier an mit dieser ganzen Sache. Ah, 3, Alter. Der war bitter. Jetzt würde ich sagen, ich gehe mit ihm auf den. Mit ihm checke ich auf den hier. Ah, zieht ohne so viel ab, ey. Ja, den haben wir wenigstens weggeklatscht. Das ist schon mal gut. Ja, die sind echt hart, neckig, muss ich sagen. Yeah, die waren auf jeden Fall richtig stark gerade. Spacken, Alter. Die haben sich wieder gesund gemacht. Kommt schon, Alter. Das müssen wir packen. Der ist echt richtig stark. Yeah, der war gut. Kommt, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn gleich. Yes, yes, yes. Alles, bam, haben wir ihn weggeklatscht. Geil. Jetzt würde ich sagen, gehen wir, wollen wir auf heilen gehen. Jetzt haben wir beide wieder geheilt und weiter geht's. Wir haben zwar so eine Münzen ausgeben, aber scheiß drauf. Das wollte ich jetzt einfach mal, ich wollte hier ein paar nur umklatschen. Jo, nehmen wir den. Der war gut. Naja, so gut war er ja nicht. Nö. Haben die schon den ersten weggehauen, Alter? Hm, nehmen wir den nochmal. Jo, jetzt können wir nämlich... Oha, jetzt ist er ja schwächt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Endlich, Alter. Gut, der erste ist weg. Das ist natürlich ein bisschen mies. Aber so ja, jetzt müssen wir gucken und das Beste draus machen. Jo, jetzt hauen wir weg. Yes. Jetzt können wir die auf jeden Fall wieder gesund machen und heilen. So, weiter geht's. Jetzt sind wir hier und klatschen als erstes im Inneren. Dann kriegt er in der Mitte ab. Ah, da gut, da wissen wir, der in der Mitte darf nicht mehr den da drüben in der Mitte reinhauen. Das zieht nicht viel ab. Der hält ja nichts aus, Alter. Das ist richtig mies. Der kriegt jetzt hier erstmal in der Mitte ab. Yeah, ein kritischer Treffer, der war gut. Dann würde ich sagen, kriegt der in der Mitte ab. Nein, der zieht auch nicht viel ab. Wen nehmen wir jetzt? Jetzt nehmen wir den hier. Yeah, der war richtig geil. Oha, eh ein Vieh haben sie noch. Also eh eine Kreatur hier noch am Start. Die müssen wir jetzt bekämpfen und dann hoffe ich da, dass das was wird. Alter, das war ja wieder Power-mäßig. Hm, was machen wir jetzt? Wir gehen einfach weiter. Jetzt sind wir am Endkampf gegen Viper. Alter, der hat richtig gute Kreaturen am Start. Der ist wirklich stark. Der ist wirklich richtig stark. Nein, ich bin gleich tot mit dem ersten. 20. Das sehe ich. Ein doll ist jetzt echt nicht. Das war richtig bitter gerade. Hm, ich wüsste auch nicht, wen ich hier wegklatschen soll. Alter, yeah, der erste. Alter, der hat ja ein Vieh. Hier mal gleich mal auf den. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Das ist ja ein schön heftig. Das ist wirklich heftig. Ich wüsste auch nicht wenig angreifen, ey. Die sind echt saustark. Das ist ja Noctur. Dann keitere ich. Ich wüsste auch nicht mehr. Dann nehme ich glaube, das ist ja ne wichtig. Dann bin ich gerne緊隔 deforme. Untertitelung. Vielen Dank.